Was ist bitte immer auf euch auf? Ein Schritt zu viel könnte tatsächlich der letzte sein. Und dann mit Kind hier rein, ich finde es unverantwortlich, absolut. Die Natur holt sich alles eben zurück. So was kotzt mich an. Guten Morgen, Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem wann ihr dies gerade seht und herzlich willkommen zu Urbex-Stories. Das ist ein echt idyllisches Plätzchen, an dem wir uns hier befinden und wir haben hier was im Wald entdeckt, mitten im Wald, mitten auf dem Berg. Das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Fangen wir direkt hier an unserem Ausgangspunkt an. Hier ist so eine kleine Bank, auf der man hier ziemlich gut ins Tal blicken kann. Da hinten können wir den Rhein erblicken. Ganz, 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 ganz viele Berge und kleine Dörfer. Richtig schön. Und hier scheint es sehr ranzig zu werden, aber auch sehr groß. Ja Leute, also der Komplex hier besteht aus mehreren Teilen und dieser Teil ist ganz schön runter. Guckt euch das mal an. Das wirkt leicht in eine alte Burg, aber auch irgendwie doch nicht. Ich weiß nicht, ob das mal so eine Art Yardschloss oder sowas vielleicht war oder Industrievilla. Ich bin mir meiner Sache noch nicht ganz sicher. Wir schauen uns das mal an. Hier scheint es auf jeden Fall in einen Teil des Gebäudes reinzugehen. Oh ja. Also ich würde glatt behaupten, dass das mal so eine Art Festsaal war hier. Da scheint mal eine Decke so Lamellen dran gewesen zu sein. Und hier am Boden. Ich glaube, da war auch mal was drüber. Wir sehen ja diese Planken hier oder dieses alte Parkett oder was auch immer das mal war. Damit war der Boden hier bestimmt mal bedeckt. Also einfallen oder reinfallen können wir nicht. Ne, das ist wohl wahr. Da müssen wir immer gucken, wo wir hier herlaufen, dass man sich nicht noch mault. Aber Leute, das ist wirklich ein interessantes Gebäude hier. Ich glaube, das war mal komplett überdacht. Wir sehen es ja hier. Es ist komplett eingebrochen. Da hinten ist noch ein Stück vom Dach übrig. Aber erkennst du da nicht was? Festsaal. Und das da hinten sind da Schienen. Ich bin jetzt hier mittendrin, Leute. Und ich sagte ja vorhin mal was von einem Jagdschloss. Wenn ihr jetzt mal genau hier guckt, hier unter der Überdachung. Hier ist noch Holzboden. Und wir sehen. Aua. Und hier noch so Bahn her. Ich könnte mir jetzt vorstellen, so von der Breite her, dass das vielleicht tatsächlich mal eine Schießanlage war. Weil da hinten die Wand, da seht ihr es ja auch, dass da mal was aufgehangen wurde. Das vielleicht tatsächlich hier. Da suchen wir mal den Boden. Eine alte Schießanlage war Würde zum Jagdschloss passen, sag ich mal. Seht ihr, das ist das, was ich meine hier. Denn hier dieser Wand ging auf jeden Fall mal was. Und da könnte ich mir jetzt tatsächlich vorstellen, also Ziele vielleicht. Interessantes, großes Gebäude, muss ich sagen. Und ein echter Lost Place. Ich glaube, du wolltest mir gerade was mitteilen hier. Ich sehe schon einen Teil. Ja, nicht nur das hier. Sondern der Rahmen ist ja noch da. Ja, die Türzeuge gibt es echt noch hier. Und weißt du, was es noch gibt? Was denn? Dann schauen wir hier rüber. Das ist einfach nur genial. Einfach nur steckt. Oh. Hier ein Lichtschalter. Und da hinten eine Steckdose. Hier ist alles runter. Aber in den Wänden sind tatsächlich noch Lichtschalter und Steckdosen. Ich werde bekloppt. Zack, Licht an, Licht aus. Wahnsinn. Wir sind ja hier neben diesem langen Gebäude. Und es scheint, als hätte hier mal eine Bank oder ein Tresen oder sowas in der Art gestanden, in diesem kleinen Raum. Wenn das daneben tatsächlich mal eine Schießhalle war, könnte es gut möglich sein, dass hier vielleicht die kleine Kneipe dafür war, in Ruhe nach dem Schießen oder nach der Jagd getrunken werden konnte. Die meisten Jägersleut sind ja nicht nur gut am Gewehr, sondern auch gut am Glas. Deswegen wäre es auf jeden Fall vorstellbar. Mein Gott, ich habe aber heute auch echt Sprachprobleme. Hier so reinschauen. Ich glaube, ich habe stille Örtchen entdeckt. Hier sind auf jeden Fall schon mal Fliesen. Die sind noch zu erkennen. Wir gehen mal rein. Eine gute Stube. Und ja, tatsächlich haben wir hier noch einzelne Kabinen. Die Keramik ist nicht mehr vorhanden. Aber der Chlorrollenhalter ist noch da. Das ist ja echt krass. Also die Fliesen trotzen der Natur immer noch. Gucken, wie lange. Hier aus dem Waschbereich raus geht es in so einen Raum, wo es hier in diesen Saal geht, den wir euch gerade gezeigt haben. Und ich muss sagen, diese Bauweise hier, bei den Stahlträgern teilweise dazwischen, das sieht schon wirklich irre aus. Aber was das hier mal war, ob das vielleicht mal die Küche war oder auch Essensbereich oder so, lässt sich leider kaum noch sagen. Der Bereich, der leider nicht mehr wirklich gut zu betreten ist, sage ich jetzt mal, ist dieser hier. Das ist der Eingangsbereich, den ich gerade von außen schon zeigte. Und es ist wirklich also richtig schön anzusehen, dieser ganze Verfall. Ich weiß nicht, ob es hier mal gebrannt hat oder warum das so ist. Möglich wäre es auf jeden Fall, weil es ist wirklich ordentlich zusammengestürzt. Das sieht man wirklich überall. Leute, schaut euch mal dieses Treppenhaus hier an. Das ist ja wirklich mega. Natürlich kommt man jetzt leider nicht mehr hoch. Ist klar. Aber diese massiven Balken und diese massive Bauweise hier, das sieht man auch hier an den Zargen und so weiter wieder. Es ist wirklich faszinierend. Ich bin absolut begeistert von dieser Location. Es ist egal, auf welchem Lost Place ihr seid. Ob in diesem Zustand oder in einem besseren. Passt bitte immer auf euch auf. Ein Schritt zu viel könnte tatsächlich der letzte sein. Hier geht es nämlich ordentlich weit runter. Die Überbleibsel, die wir hier sehen, Entschuldigung übrigens für die Nebengeräusche, die ihr teilweise hört. Hier sind noch ein paar andere Leute mit bei. Nicht mit uns bei, aber sind hier auch auf der Location. Was ich eigentlich sagen wollte, guckt mal Leute, das ist eine Art alter Kühlschrank. Richtig alt. Von außen aus Holz. Innen drin. So verkleidet. Und hier auf der Seite seht ihr auch noch die Haken drin, wo jetzt zum Beispiel Fleisch und Fisch abgehangen werden konnte. Das ist ja richtig irre. Und das ist wirklich antik. Guckt euch mal diese alten Türen an. Das ist wirklich Wahnsinn. Hier in dem Bereich, neben diesen Kühlschränken, das scheint eine alte Küche gewesen zu sein. Ihr seht hier noch diese, ja, das sind nur so angedeutete Fliesen. Aber wir haben hier noch einen ganz alten Herd. Ja, unten haben wir auch noch die Schaltknäufe dafür und Drehräder. Da hinten auch wieder angedeutete Fliesen. Kämpfen wir uns mal unter diesen Balken hierher. Ja. Ich würde sagen, mit Küche dürften wir auf jeden Fall richtig gelegen haben. Damit würden wir das Waschbecken gewesen sein. Und der Verfall, da muss man wirklich richtig gut aufpassen. Aber wenn man das jetzt nicht zeigen würde, ich glaube, im Endeffekt würden wir es bereuen. Wir befinden uns hier jetzt in einem Bereich, der vorher mal einst überdacht war. Man sieht da oben teilweise noch die Glasplatten. Das meiste ist allerdings schon richtig runter. Und hier vorne haben wir direkt so eine Art Staffelei, wo anscheinend mal früher auch das Fleisch abgehangen wurde oder die Tiere besser gesagt zur Schau gestellt wurden nach erfolgreicher Jagd so zum Beispiel. Hier gibt es tatsächlich wirklich noch einiges mehr zu sehen, als wenn man am Anfang sogar gedacht hätte. Die Kühlkammer relativ klein richtig, richtig alte Türen. Das ist mal noch in der Holzverkleidung. Heutzutage ist das alles aus Metall. Ich hätte jetzt gesagt, was anderes ist, wenn ich jetzt von außen die Tür mir angeguckt hätte. Von außen hätte man auch gut sagen können, wäre eine Aristzelle, weil die haben alle ein Kuckloch. Ich denke mal, dass es darum ging, wenn mal wirklich einer eingeschlossen worden wäre oder so, weil das ist auf jeden Fall eine Kühlkammer. Ein bisschen Fantasie allerdings. Ich weiß, was du meinst. Wenn man hier noch ganz gut sehen kann, es könnte sozusagen eine Art Innenhof gewesen sein. Es könnte natürlich auch sein, dass es früher mal überdacht war, was man heute wirklich nicht mehr sagen kann. Was man hier sieht, ist ein relativ großer Balken, der da hoch führt. Ich denke mal, der war mal da vorne befestigt an der Mauer. Also könnte ich mir wirklich gut vorstellen, dass es zumindest teilweise noch überdacht war hier. Mittlerweile natürlich nur noch deutscher Dschungel sozusagen. Heißt, manz hohe Dorn, Brennnesseln, alles was für ein Urbexer untauglich ist. Amen. Amen. hier vorne sehen wir jetzt eben noch einen relativ alten teil würde ich jetzt mal zumindest behaupten und hier das fällt direkt auf das auf jeden fall etwas neuer und moderner ist es auf jeden fall ein anbau den schauen wir uns jetzt mal an und hier sehen wir direkt das modernere badezimmer hier mit dusche waschbecken drin ist auf jeden fall wirklich der modernere teil der zum schluss wahrscheinlich auf jeden fall noch genutzt wurde das eigentliche jagdschloss anscheinend schon länger nicht mehr weil ihr seht ja auch wie es von hier aussieht das scheint schon länger so zu sein nebenan scheint die garage gewesen zu sein echt groß konnten wahrscheinlich sämtliche jäger die dann hier angereist sind wahrscheinlich alle parken in ihren autos denke ich mal das ist sehr gut vorstellbar so maus jetzt muss ich mich aber gleich du hast dich ja auch schon gerade auf kamera sozusagen ausgekotzt und ich tue es auch gleich hinter der kamera ausgekotzt und jetzt können wir es noch mal vor der kamera machen das kann ich nicht ihr hört es vielleicht im hintergrund schreiendes kleines kind mutter mit älteren kind und kleinkind auf dem lost place hier ihr habt es gesehen wie gefährlich das war schreibt gerne in die kommentare was ihr davon haltet wir halten da gar nichts von das ist ultra gefährlich man muss gucken wo man hinläuft es kann immer was von der decke kommen damit kind hier rein ich finde es unverantwortlich absolut also diese gasse hier die wirkt leicht unheimlich ich finde muss ich mal ehrlich gestehen das ist jetzt dieses haus wo wir gerade drin waren von oben anscheinend mal ein gästeklo okay das könnte tatsächlich der wohnbereich gewesen sein vielleicht von dem in dieses jagdschloss gehörte hier sind noch jalousien drin heizung ist noch zu erkennen und echt geräumig also es war jetzt nicht gerade eine kleine bude es ist noch auch ein kleines bad würde ich sagen und hier in einer echt großen bereich kommen anscheinend rausgehen auf diese gasse die wir jetzt gerade gesehen haben eine art terrassenbereich und da hinten das ist wie so ein offener wohn und es bereich hier aber riesengroß richtig groß mein lieber herr gesangsverein das ist nur schönes entdeckt was schönes gemütliches oh ja das hat doch was heute durch mal diesen kamin an das ist ja wirklich schön und ich würde sagen da oben war irgendwie was kirchliches drin es könnte so ein platz für eine büste gewesen sein ja irgendwas kirchliches das könnte stimmen was für eine optik das hier immer noch hat war zwar nicht der offizielle ausgang hier eigentlich das terrassenfenster aber jetzt kommt man hier sehr gut raus unheimliche gasse mal wieder und oh ja kann man direkt sozusagen zu dem alten gebäude darüber wo wir gerade drin waren also das ist schon wirklich interessantes anwesen muss ich sagen so was haben wir hier schönes ich glaube jetzt nicht tatsächlich mal jemand kleinen vergnügungsraum gemacht seht ihr das leute so farreste da hinten auch ich glaube von der farbe her da mal einer sich sein liebesnest gebaut anscheinend aber auch schon eine weile her ist zum glück und hier das ist leider der komplett eingestürzte teil vorhin von oben mal kurz gesehen haben können wir leider nicht mehr wirklich rein ist nicht mehr so viel zu zeigen aber echt schönes gebäude muss ich sagen was hast du die natur holt sich alles eben zurück den spruch war von dir zu hören ist auch schön aber der trifft wirklich auch zu 100 prozent auf dieses anwesen zu das stimmt das ist ja auch schon gesagt man trifft die immer mal wieder auch fotografen auf dem lost place das ist jetzt mal urbex fotografen hat ja auch eigentlich nichts dagegen aber manche aber mit so hallo schiss und von wegen bitte nicht durchs bild laufen und allem scheiß laute musik an und so weiter das gehört ja genauso wenig denen wie es uns hier gehört und sowas kotzt mich an ja leute auch wenn wir uns ein kleines bisschen aufregen mussten hier ein wenig herzrasen nicht wegen erwischt werden sondern mal ein bisschen wegen ärgernissen aber sowas gibt es auch mal trotzdem alledem weil diese location fanden wir echt schick aber was anderes wenn ihr das genauso seht lasst uns gern daumen nach oben da abonnieren nicht vergessen und ich sag mal bis zum nächsten mal bei urbex stories um qui oder oder you Vielen Dank.